Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Hobbit. Wir wollen jetzt mal hier diese paar Würmer noch loswerden, wenn die mal hier rauskommen würden. Waren das schon alle? Bin mir eigentlich sicher. Sieht aber ganz so aus. Wir haben ganz viele Orks, das gefällt mir nicht. Kriegen wir das Upgrade wieder? Oh ja, aber wir haben überhaupt keine Steine. Aber wir kriegen fünf Steine. Oh. Oh. Dann gehen wir auch mal auf den Großen hier. Du. Und jetzt du. Ja. Weg. Mist, habe ich nicht noch treffen lassen? Abwehren. Und Angriff. Puh. Das hat funktioniert. Ein paar Pilze. Oh, ganz viele Pilze, muss ich sagen. Sehr gut. Perfekt. Bei einem großen Kampf gibt es auch ganz viele Pilze. Na komm doch mal runter. Krieg dich da oben nicht. Ah, aber du mich mit deinen Bomben. Das ist ja... Das ist ja wieder super nett. Was? Der war doch... Hat doch voll funktioniert. Ah, Mist. Und du noch. Okay. So. Hat er mich vergiftet? Ah, Mensch. Ein Gegengift. Und den Pilz direkt genommen. Den kriege ich ohne Steine wirklich nicht. Ah, das ist ja doof. Naja. Komme ich eben später wieder. Huh. Huh. Krieg mich nie. Wie immer die Musik nach jedem Kampf. Ja. Total ausflippt. Ah. Ich würde den Ork gerne kriegen. Mir fehlen die Mutpunkte. Komme ich hier hoch? Oh, ha. Ich komme mir sogar hoch. Ja, jetzt springst du runter. Ja, das ist ja... Ah, das ist ja super. Und ein weiteres Level-Up haben wir bekommen. Wundervoll. Wundervoll. Hm. Mal kurz speichern. Dann gehen wir mal nach da unten. Ich glaube... Ja, da können wir wahrscheinlich eh noch nichts machen. Müssen wir erstmal eine Maschine anstellen. So wie das hier aussieht. Das heißt... Ach, der ist das Tor. Aha. Ah. Na, da hoffe ich mal, dass wir dann später nochmal zurückkommen und... ...n paar Sachen machen können hier. Um alle Mutpunkte zu bekommen. Da ist ja auch noch eine Truhe. Hm. Aber unser Weg hat uns hierher geführt. Zum Tor. Na, Ork? Würdet ihr mir das Tor aufmachen? Bitte? Was bist du denn? Ein Kaninchen, das den Köchen entwischt ist? Tja, kleine Ratte. Wenn ich dieses Tor öffnen soll, musst du mir Kruppets Warzenstein bringen. Reparier den Zwergenaufzug, dann kannst du Kruppet den Warzenstein stehlen. Ach. Also sind wir noch nicht fertig. Wir müssen den aufzukreparieren. Wo kommt die Leiter her? Die wäre doch vorher nicht da. Was ist denn da passiert? So, so, Spiel. So, so. Oder habe ich die übersehen? Hm. Könnte ja auch sein. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Wird es jetzt in Abschnitten oder was? Okay. Alles klar. Truhe. Eine Truhe. Öffne die Truhe. Wir brauchen den Nachschlüssel. Wenn einfach so... Aufzug reparieren, um den Warzenstein zu holen. Sieht aus, als fehlte ein Hebel. Eine Truhe öffnen kann. Ein Hebel. Nichts. Wir haben nichts dabei. Jetzt fehlt ein Hebel. Okay. Den haben wir schon gesehen. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir zum Hebel? Ähm. Ich schätze, ich muss hier wieder hoch. An diese Kette zum Beispiel. Okay. Einmal darüber. Und schwupps. Alles abgrasen und weiter. Ach, hier sind wir wieder. Ah, ja. Mit einem neuen Weg, den ich vorher übersehen habe. Oder... Oder... Ne, wir sind... Ne, wir sind woanders. Das sah ja vorher ein bisschen anders aus mit der Brücke. Aber dieselbe Mechanik. Ne, hier waren wir doch... Waren wir doch schon. Moment. 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 Waren wir doch schon. Aber... Aber... Ähm... Ähm... Äh... Okay... Ich glaube... Ach so, da war vorher... Dann war hier vorher alles zugestellt oder so? Boah, das... Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Was ist das denn jetzt? Einen Krugschlüssel haben wir erhalten. Na du. Mach erstmal den Wurm. Glatt. Und jetzt dich. Na was bist du denn für einer? Wow. Krugaufzugsschlüssel. Jetzt kann ich den Aufzug benutzen. Ah. Krugaufzug. Okay. 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 Na komm schon. So. Reicht's mit dir? Der Krugaufzug. Da schauen wir doch mal, wie wir hier den benutzen können. Einfach mal da drauf springen. Hipp. Oho. Das geht also nach oben. Immer weiter nach oben. Bis hier hin, schätze ich mal. Ja. Und da geht's wieder. Ah Mist. Moment. Ah. Oh. Das will ich noch mitnehmen. Schön. Der Sandaufzug. Okay. Der funktioniert noch nicht. Kriegen wir auch ein paar Mutpunkte. Dann werden wir erst mal hier weitergehen. Ich glaube. Ja genau. Wir kommen. Wie ein echter Dieb. Oder auch nicht. Ja hast du so gedacht. Ich kann auch blocken. So. So funktioniert das. Einmal speichern. All dran können wir auch mitnehmen. Ein Schlüssel haben wir hier. Den Sandaufzugschlüssel. Noch ein Schlüssel. Schätze ich mal. Haben wir jetzt nicht gesehen. Aber ich denke mal, das war er. Dann auf zurück. zum Sandaufzug. Der ist ja direkt hier. Bin auch natürlich mal. Oh. Alter Schwede. Ups. Das war sehr. Noch ein Schlüssel. Das kam sehr unerwartet. Da habe ich mich ein bisschen verjagt gerade. Oh Gott. Da würden wir einfach knallhart von der Lore überfahren. Gottes Willen. Der Sandaufzug. Los geht's. Na ich glaube nicht. Freuen sich wahrscheinlich noch. Die denken sich wahrscheinlich so. Hä? Wie kann das denn jetzt passieren? Ich meine das wird ja alles scheinbar durch Wasserkraft angetrieben. Von daher wird ja auch nicht irgendwie Energie verschwendet. Und ob wir den Orks jetzt helfen oder nicht. Keine Ahnung. Ist ja eher so ein bisschen nebensächlich. Wir wollen ja nur unsere Zwergenfreunde. Aus den Fängen der Orks befreien. Und den einen Zwerg hier. Erstmal. Damit er uns hilft. Hier weiter zu kommen. Nein. Nicht schieben. Für Gottes Willen. Da drüben möchte ich auch gerne hin. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe. Ja. Okay. Da wird doch bestimmt ein Geheimnis auf mich warten. Oh. Oh ja. Sehr gut. Gut, dass ich mich das getraut habe. Wo komme ich denn da oben hin? Ich schätze mal, da hinten geht es weiter. Gehen wir erstmal nach hier. Oben. Kümmern wir uns um die Orks. Mist. Da konnte ich jetzt gerade wegen der Attacke... ...kann ich nicht blocken. Oh. Jawohl. So funktioniert das. Okay. Was haben wir hier? Den... Haben diese Orks noch nie was von Schlüsselringen gehört? Den irgendwas Schlüssel. Den wir wieder nicht sehen dürfen. Darf wir nur den Aufzug sehen können. Ja, der wird wahrscheinlich irgendwo da hinten sein. Den werden wir schon begegnen. Ops. Ops. Ja, einmal hin. Da, einmal hin. Wir sind immer schön vorsichtig. Wir wissen ja... Na, wobei... ...wenn da das steht, dann kommt hier wohl keine Lore vorbei. So. Gehen wir doch mal hier hin. Und... Ja. Wow. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Drauf! So, und zack! Zack, zack, zack! Und eine goldene Truhe erwartet wieder auf uns. Wunderbar. Und, ah, das war jetzt mit mehr Münzen. Ansonsten ist hier nichts. Ah, da ist der Aufzug. Da haben wir doch schon den Aufzug. Ich möchte aber nicht zurück. Okay. Da haben wir nichts mehr. Bei den Schienen. Der düste Aufzug. Okay. Erstmal speichern. So. Und Aufzug starten. Oh ja. Würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Hobbit. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020